Die Nachricht klingt erst einmal unspektakulär. Der Landkreis hat einen Klimabeirat berufen. Kritiker werden wieder sagen, dass es eben jetzt noch eine weitere Runde von Lokalpolitikern gibt, die sich gegenseitig irgendetwas erzählen. Aber dass sich das Klima ändert, wissen wir nicht erst seit Fridays for Future. Und wer sich einmal vor Augen führt, wie groß und vielfältig heutzutage Landkreise sind, der wird erkennen, dass ein bisschen Überblick bei diesem Thema ganz gut tut. Wenn man sich im Landkreis Zwickau umschaut, sieht man eigentlich ein schönes Fleckchen Herde. Im Mittelgebirgsvorland gibt es hier einen Mix aus kleinen und größeren Städten mit verschiedensten Industriebetrieben, aber auch naturnahe Flächen und Dörfer mit einer aktiven Landwirtschaft. Die Böden sind nicht die schlechtesten, doch die Landwirte merken schon seit längerem, dass sich das Klima ändert. Die Böden werden trockener und es gibt auch in Deutschland Gegenden, in denen Wasser ein knappes Gut geworden ist. Panik und Zukunftsangst wären aber der falsche Weg. Und so wurde am Dienstag der Klimabeirat des Landkreises Zwickau ins Leben gerufen. Stellt sich für den Außenstehenden gleich mal die Frage, was so ein Beirat denn machen soll. Das wissen wir auch noch nicht so genau. Nein, Spaß beiseite. Wir haben den Klimabeirat ins Leben gerufen, damit er bei der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes durch den Landkreis, was ja ein politischer Auftrag aus dem Kreistag ist, uns im Prinzip beraten soll. Wir wollen das Klimaschutzkonzept nicht im stillen Kämmerlein, im stillen Büro aufschreiben und uns ausdenken, sondern soll breit gefächert aus der Gesellschaft, Vertreter der Fraktionen, aus der Bürgerschaft, Unternehmer, haben Vertreter aus einem landwirtschaftlichen Betrieb heute mit dabei, soll das entwickelt werden, weil wir wollen es ja später auch umsetzen, soll also kein zahnloser Papiertiger sein und es soll möglichst hinterher eine große Akzeptanz auch im Kreistag erfahren. Und dadurch der Klimabeirat, dann sind die Fraktionen dort mit vertreten, er berät den Landkreis bei der Erstellung des Konzeptes. Im Landkreis gibt es dafür schon einmal die Stelle des Klimamanagers, bei dem künftig alle Informationen zusammenlaufen sollen. Denn schon bei der Auftaktveranstaltung wurde klar, dass sich schon viele mit dem Thema beschäftigen, aber mehr oder weniger jeder für sich. So brachte die Fraktion Bündnis 90 die Grünen als Initiator des Klimabeirates vor, dass die Kommunen sich hier nicht einbringen würden. Prompt kam die Antwort, dass einige Kommunen im Landkreis bereits ein Klimakonzept haben und auch umsetzen, andere daran arbeiten. Und hier will der Landkreis mit dem Klimakonzept ansetzen. Wir werden natürlich ein solches Konzept nicht komplett neu erfinden, das gibt es natürlich auch schon in anderen Teilen unserer Republik, aber wir wollen als Landkreis hier auch die Kommunen, die kreisangehörigen Städte und Kommunen mit ins Boot holen. Wir wollen das nicht alleine machen, wir wollen nicht so eine Glocke als Landkreis sein, sondern jede einzelne Kommune, sofern das gewünscht ist, kann sich in diesem Klimaschutzkonzept mit abbilden. Die Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass ein solches integriertes Konzept viele Vorteile hat, vor allem wenn Regionen Besonderheiten aufweisen. So gibt es Landkreise in Deutschland, in denen nur zwei bis drei Energieversorger tätig sind. Im Kreis Zwickau sind das immerhin zehn. Und die müssen beim Aufbau einer öffentlichen Ladestruktur für E-Autos koordiniert werden. Mit den Firmen Seekom und KIM hat man sich schon einmal Partner ins Boot geholt, die auf diesen Gebieten Erfahrungen haben. Zurzeit werden vor allem die Ist-Zustände bei den verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel die Möglichkeiten von Photovoltaik, untersucht. Am 16. Oktober gibt es die nächste Zusammenkunft. Dort sollen dann schon konkrete Vorstellungen und Ziele der Beteiligten formuliert werden. Immer mit dem Ziel, dass die Landschaft noch lange so schön aussieht und auch spätere Generationen sich ein Glas Milch von einer echten Kuh leisten können. Auch mit dem Ziel, es ne geht zu können. Sehr gut, und zwar. Schönen Sieg, die hierher Arbeit und ich wenn Sie das jetzt machen wollen? Schönen Sieg, die hierher Arbeit und ich hierher것도 in den letzten Jahren Es ist ein bisschen schade,我不